Jetzt auf Video, erzählt von den Anfängen der Videothekenzeit in den 70ern, dem Höhepunkt in den 80ern und dem langsamen Niedergang der Entertainment-Giganten in den 2000er Jahren. 400 Seiten, 1000 Bilder und Artworks, DIN A4 in Farbe, Hardcover, 3 Jahre Entstehungszeit, inklusive Gratis-DIN A1-Poster. Vorbestellbar bis zum 14. Januar 2024 bei scenestrangeextreme.de